was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir fahren heute mal wieder porsche aber nicht gt2 s sondern etwas das anscheinend sogar noch ein kleines bisschen schneller ist nämlich den 992 turbo s leute den haben wir im ferrari sf 90 video hinten ein bisschen gesehen jetzt haben wir ihn herbekommen also an der stelle schon mal vielen vielen dank das freut mich sehr das ist schon mega ich bin gestern noch den gt3 gefahren also jetzt ist gerade wirklich komplettes porsche feeling ist auf jeden fall da und ist glaube ich perfekt weil da hat man echt ein verständnis dafür wie es anfühlt noch dazu bestes wetter und wir haben auch noch das kabel muss man an der stelle sagen also das wird schon mal sehr sehr wild ohne dass ich jetzt den turbo als schlecht reden will ich muss nur ganz ehrlich sagen optisch wenn man den gt3 entstellt oder auch so gt2 s dann finde ich geht er für meinen geschmack auf jeden fall unter gerade die front wir können ja vielleicht auch mal ein bisschen gt3 von mit einblenden dass man unterschied sieht da finde ich wirkt der turbo s fast ein wenig brav darf er ja auch wollen ja viele auch beim turbo es so aber für meinen geschmack dürfte alles ein bisschen ein bisschen frecher noch sein nichtsdestotrotz natürlich ein wunderschönes auto brauchen wir nicht darüber reden mega mega nice von hinten muss ich sagen der turbo ist natürlich schon sehr sehr gelungen einfach mega mega schönes auto ich mag ja den 992 total gerne ich mag auch das durchgezogene licht am heck und natürlich die abgasanlage die da drin hatte ich steht schon an sich immer gut aus ist ja quasi ein bisschen analog auch von der optik zu meinem gt2 rs also mir taugt das alles schaut schön aus macht richtig laune porsche wisst ihr selber liebe ich sowieso aber ich bin vor allem gespannt wie der fährt weil er soll ja wirklich schnell sein deswegen gar nicht so viel drum um labern leute wir haben jetzt noch ein paar bilder rein und dann schauen aber wirklich so schnell ist was wir alle sagen viel spaß so schneide ich besser an weil es wird schnell heute ich hoffe so richtig schnell es wird so richtig richtig schnell gestern haben wir erst darüber geredet im gt3 da hast du richtig geil so einen klassischen schalthebel so und das hat das hat schon irgendwie das hat schon was und es schaut aus als würdest du schalten können obwohl es nicht kannst hier ist es wieder so ein kleiner so ein kleiner stick finde ich fast finde ich fast cooler wenn ein bisschen mehr passiert irgendwie halbgas halbgas nur halbgas junge junge was sehr markant ist muss man wirklich immer sagen wenn man ich bin jetzt echt bewusst heute morgen mit dem gt2 rs her gefahren um so dieses vergleichsgefühl zu haben und was so enorm ist wie mit dem gt2s und wenn du fährst es ist so bocke hart dass du immer das gefühl dass so richtig aufpassen wo das ist so ein das ist ein auto das gehört auf die rennstrecke und der hier im gegensatz ist butterweich der fühlt sich richtig smooth an das ist einfach ein auto den machst du an ist nicht so übertrieben laut fährst geschmeidig aus der einfahrt raus also dann kann man richtig so daily fahren so ein turbo ist das merkt man auch als als beifahrer ja ja bei dir mitgefahren im gt2s ist schon anders na ja das stimmt so wir haben auf jeden fall mal von normal hat der verschiedene sport modis ah kennst du kennst du uns abgedeckt scheiße hoppala da sind wir wohl alles gut alles perfekt ich dachte schon warum die uns alles anschauen kälte zeichen abgedeckt das ist auch ist ein klassiker das ist ein klassiker so was man auf wett normal ja wett jetzt sind wir ein bisschen wett gewonnen so aber mal sport plus rein spoiler ausgefahren leck mich am arsch ja das ist schnell das ist schnell da werden die kennzeichen mit sicherheit auch so weg geflogen jetzt wo gut 2 aber einfach ganz schnell durchbeschleunigen das ist schon das ist schon kräftiger das ist schon total aber erst nicht so krass laut oder also erst laut aber es ist nicht so dass man sich denkt ich habe sich viele referenzen aber ich kann es mir lauter vorstellen ja ich dachte auch vielleicht dass ein bisschen lauter noch ist was man im auto zwar nicht sieht man in den rückspiegel guckt was man aber hier sieht ist dass natürlich der der heckflügel der verstellt sich jetzt sieht man aber der heckflügel ist unten so sport sieht man jetzt die abgasanlage geht mit an also klappe geht auf so und jetzt sport plus da sieht man jetzt auch noch die die dämpfer werden härter und heckflügel steiler ganz cool weiß man nicht mal was abgeht weil sonst sind immer so jetzt haben wir diese einstellungen und man weiß gar nicht was passiert da ist ein bisschen grafisch angezeigt finde ich ziemlich nice was beim 992 ein wirklich total geil ist das habe ich im gt3 gestern auch schon gesagt ist einfach finde ich diese die anordnung des interieurs das ist wirklich zu meinem gtss noch mal ein ganzes stück geiler das wird halt einfach modern mit diesen mit diesen 23 displays die man hat und trotzdem dann noch diesen analogen drehzahlen messer in der mitte das fühle ich ja komplett das ist für mich die perfekte mischung aus modern aber gleichzeitig auch bei klassische elemente behalten das ist das ist mega also das sehr sehr gut der ist schon richtig schnell der ist schon richtig schnell das ist okay also ist halt echtes problem dass man mit diesen also gt3 war das gleiche problem dass man nicht hochdrehen kann aber der hat halt in dem unteren drehzahlbereich zumindest noch irgendwie ein bisschen mehr passiert noch ein bisschen mehr bei dem da ist bei dem turbo motoren da passiert nicht so viel also ist nicht sehr laut leider aber schnell aber es ist schnell und wie schnell das können wir jetzt erst mal raus jung ist das schnell! holy shit! oh mein gott okay die launch ist ja krank das hat alles wieder gut gemacht ja voll! ohne scheiß! egal! scheiß auf den sound! Hauptsache das Ding schiebt! alles gut bei dir? ja alles gut! also handlingstechnisch muss man sagen oder generell vom gefühl hier drin ich weiß gar nicht wir haben noch nicht einmal erwähnt überhaupt wie viel leistung wir haben ne also wir haben ja natürlich hier den 3,8 liter boxermotor drin mit 650 ps und 800 newtonmetern also das ist natürlich eine brutale ansage zwei turbos die hier richtig durch schallern und natürlich fühlt sich das vom beschleunigen und von der ganzen kraftentfaltung viel krasser an wie die porsche saugmotoren das muss man schon mal sagen das ist der saugmotor der schreit der ist laut der hat viel mehr charakter finde ich aber er schiebt halt leider nicht so und hier ist natürlich schon da ist richtig druck im kessel das ist schon das ist schon heftig vor allem es fühlt sich nicht schlechter an wie das was ich vom gt2rs kennen und auch die beschleunigungswerte 0 auf 100 ist der hier glaube ich sogar einen ticken schneller das einzige was ich finde es ist ein auto das sehr brav ist in dem wie sie anfühlt die lenkung das handling die lautstärke das ist alles nicht sehr super sportlich das will glaube ich der turbo s kunde auch nicht der will schön leistung und will aber ein porsche der irgendwie trotzdem ein bisschen geil für den alltag ist aber jemand wie ich zum beispiel jetzt ich bin fahr jetzt gerade das erste mal den neuen turbo s und denke mir das wäre nicht mein auto der gt3 dagegen wie der ums eck lenkt dass das ist so viel geiler also ja ich glaube das ist geschmacksnahe so jetzt machen wir was zeiten das gerät bist du startklar ich bin startklar Aua Junge 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 אנחנו du kannst einfach du fährst mást wir sind Rapha 325 und du fühlst es fühlt sich so smult an und könnte so lava aber du bist ancient buch so 0 auf 100 2,98 steht hier ich glaube es geht sogar noch ein ticken besser also das geht ein bisschen besser 1200 6,35 das ist schon gewaltig Ja, das ist schon ein Viertelmeile, 10,7. So Leute, jetzt machen wir noch den Cabriolet-Check. Und da habe ich mir noch was ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich meine wunderbare Mutter mit dabei. Hallihallo. Hallihallo. Du bist schon ganz viele Cabriolets in deinem Leben gefahren, ne? Ausschließlich. 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 So, dann fahren wir mal entspannt los, oder? Ja. Okay. Oh! Okay. Hoppala. Upsi. Da war die Brille weg. Ist du da? Ja. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man schon, ne? Ja, doch. Schon schnell. Thailand. Ordentlich, oder? Ja, doch. So, wie ist jetzt die Cabriolet-Bewertung? Also, findest du, man sitzt hier gut drin? Wie ist der Wind, wie ist die Geräuschkulisse? Also, ich meine, Geräuschkulisse darf ja im Porsche sein. Genau. Soll ja auch. Und hier in dem Cabriolet ist es nämlich super. Hier hat man wenig Windverwirbelung. Ja. Im Gegensatz zum Targa. Aha. Hat man mir gesagt. Aha, okay. Ja, ja. Sehr gut. Und ja, doch entspanntes Fahren. Offen bis 160, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ja. Danach macht es nicht mehr so viel Sinn, ne? Danach wird es ein bisschen windiger, ja. Die Beschleunigung, wie fandest du die? Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann müssen wir vielleicht noch eine machen. Nein, nein, war gut, war gut. Beschleunigung war super. Vielleicht eine halbe noch, ne? Eine halbe noch, okay. Zurück dann jetzt, oder? Ja. Ach, was ist es schön. Ach, was ist das schön, ne? Ist das schön. In der Allgäuer Landschaft. Ja. Herrlich. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, Leute. Das war jetzt echt total spontan, die ganze Nummer jetzt hier. Ist mir gerade spontan eingefahren, weil wir uns zum Essen verabredet haben. Man kann ja vielleicht mal erzählen, dass du früher auch mal Rennen gefahren bist. Also wir brauchen ja gar nicht so tun, als hättest du jetzt sowas noch nie erlebt, ne? Du bist ja mal selber schon mal richtig Rennen gefahren. Ja. Ja. Also nur eine Saison, also ein Jahr. Das war 91 Ford Fiesta Mixed Cup. Mit deinem Papa zusammen. Und ja, das war eine coole Zeit. Also lauter wild gewordene junge Leute, die da immer als Paare in einem Auto sich die Rennstrecke geteilt haben. Jeder die Hälfte des Rennens. Und ja, da war man doch das ein oder andere Mal auch mit vorne dabei. Und auf dem Dach auch mal gelegen. Oder? Das war das, oder? Das war das, oder? Das war das, ne? Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sag ich nur. Da war mal was, genau. Aber war nicht so schlimm. Ja, ist okay. Das ist ja spannend. Das war 91 und 92 war ja dann, da warst du schon unterwegs. Da kam ich. Da warst du schon unterwegs. Da war der Spaß vorbei. Da war dann der Spaß vorbei. Vorher noch Highlife und dann zack. Eieieiei, nur einen kleinen, nur einen entspannen. Eins, zwei, drei. Juhu! Voll! Yes! Ah, ist schon gut, oder? Ja, geil. Also ihr seht's, Leute. Das ist wirklich, also der letzte Test ist bestanden. Wenn die Mama sagt, das Auto gut ist, dann ist es wirklich gut. Na, ist gut, oder? Jawohl, jetzt darf ich auch meine Sonnenbrille wieder aufsetzen. Jetzt darfst du wieder aufsetzen, ja. Jetzt reicht's auch. Jetzt machen wir auch Schluss hier. Ich bringe dich heile nach Hause. Danke für die spontane, schnelle Zeit. So, Leute, das war's im Turbo S. Hoffe, hat euch gefallen. Also ich glaube, Fazit echt, wunderschönes Auto, muss man ganz klar sagen. Ist verdammt schnell. Und wer was ein bisschen Racigeres will, der sollte sich eh an GT3 holen. Und heute, danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, haut rein, ciao. Stop me, I'm all the way up. Bis zum nächsten Mal.